Ludovico Ariosto war ein italienischer Humanist, Militär, Höfling und Autor. Sein Hauptwerk, das Vers Epos Orlando Furioso, gilt als einer der wichtigsten Texte der italienischen Literatur und wurde in ganz Europa rezipiert. Leben und Schaffen Ariosto war das älteste von zehn Kindern des wenig begüterten Adeligen Niccolo Ariosto, der im Dienst von Herzog Ercoli, Deste, des Herrschers von Modena und Faara, die Garnison von Regio Nellemilla befehligte. Nachdem er ab 1484 die Lateinschule in Faara besucht hatte, begann Ariost 1489 auf Wunsch des Vaters ein Jurastudium an der dortigen Universität. Er schloss es jedoch nicht ab, sondern widmete sich vor allem humanistischen Studien. Hierbei befreundete er sich mit dem etwas älteren Pietro Bembo, dem späteren bedeutenden Autor, Sprachtheoretiker und schließlich Kardinal. Mit ihm teilte er auch das Interesse für die jüngere volkssprachliche italienische Literatur. Insbesondere die Lyrik Petracas und die Erzählungen Boccaccios sowie für die Schriften der Florentiner Neu-Platonisten. Dank der Position seines Vaters erhielt er Zutritt zum Hof in Faara. Das Herzog Erkohl nach 1471 zur Hauptstadt seines zwischen dem Herzogtum Mailand, den Republiken Venedig und Florenz sowie dem Kirchenstaat gelegenen Herrschaftsgebietes gemacht und ausgebaut hatte. In dieser Zeit als Student und als Zaungast am Hof verfasste Arios diverse, wenig originelle Dichtungen in lateinischer Sprache. Als im Jahr 1500 sein Vater plötzlich starb, musste er zur Ernährung der Familie beitragen. Er trat in die militärischen Fußstapfen des Vaters und übernahm den Oberbefehl einer Grenzfestung nahe Canossa. 1503 konnte er zurück nach Faara und wurde in den Dienst des Kardinal Zipulito d'Este aufgenommen, einem Sohnes von Herzog Erkohl. In der Hoffnung, über ihn eine kirchliche Pründe zu erhalten, die ihn finanziell unabhängig machte, ließ er sich die niederen Weihen erteilen und bekam in der Tat 1506 eine Pründe in einer reichen Gemeinde zugewiesen, wo er, wie in solchen Fällen üblich, nur sporadisch präsent zu sein brauchte. Im Dienst des Kardinals, von dem er sich wenig geschätzt, ausgenutzt und schlecht entlohnt fühlte, war er offenbar viel beschäftigt. U. R. reiste er mehrfach in seinem Auftrag nach Rom. Er fand aber trotzdem Zeit, literarisch tätig zu sein, und zwar ab ca. 1505 nur noch in italienischer Sprache. So verfasste er eine Reihe von Gelegenheitsgedichten, sowieso Nette und Canzon im Stil des Petrarchismus. Weiterhin schrieb er in Prosa die Komödien La Cassaria und Isopositi, worin er sich von den üblichen Vorbildern Plautus und Therens Lüste und zeitgenössisch wirkende Sujets behandelte. Vor allem aber arbeitete er an dem Orlando, einem Vers Epos in elf silbigen Stanzen. Dass er um 1505 als Fortsetzung von Matteo Boiados unvollendet gebliebenem Vers Epos Orlando in Amorato begonnen hatte und dass er 1516 in einer ersten Version von 40 Gesängen mit einer Widmung an Nepolito drucken ließ. Seine Hoffnungen unter dem 1513 gewählten Papst Leo X., der ihn kannte und schätzte, einen Posten in Rom zu erhalten, erfüllten sich nicht. Als Epolito 1517 ein Bistum in Ungarn übernahm, ging Arius nicht mit. Vielmehr konnte er in die Dienste des Herzogs Alfonso I., dessen Bruder wechseln. Auch für ihn war er mehrfach in diplomatischen Missionen unterwegs. Zugleich war er wie immer schriftstellerisch tätig, zum Beispiel mit einer Serie von Versatiren, die biografische, politische und allgemeinmenschliche Aspekte verbinden. Hierbei reflektiert er in der ersten die Zwänge der Höflings-Existenz und begründet, warum er Epolito nicht nach Ungarn gefolgt ist. In einer zweiten polemisiert er gegen den päpstlichen Hof, der ihn des Öfteren enttäuscht hatte. 1520 schrieb er mit ihr Negromanter eine weitere Komödie. 1521 gab er eine um fünf Gesänge vermehrte Ausgabe des Orlando in Druck, die in den Folgejahren mehrere Male neu aufgelegt wurde. In einer dritten Satire lobt er wehmittig das einfache Leben eines Gelehrten. Fern vom Druck der Tagesgeschäfte, sichtlich ein Reflex auf seine anstrengende Tätigkeit in der unruhigen Grenzprovinz Gafaniana. Wo er 1522 bis 1525 offenbar durchaus geschickt als Gouverneur amtierte, seine Erlebnisse dort evoziert er in einer vierten Satire. Die fünfte befasst sich, nicht ohne die für den Kleriker typische Misogynie, mit der Wahl der passenden Frau. Das Thema war aktuell für Ariuscht, weil er ans Heiraten dachte. Die sechste, die er dem Freund Pietro Bembo widmete, befasst sich mit dem Thema Bildung und Erziehung. Denn er war schon zweifacher Vater aus früheren Beziehungen. 1525, nachdem er kurz noch als Intendant des Faares Herrhoff-Theaters tätig gewesen war, zog sich Ariuscht in eine Existenz als Privatmann zurück. Er lehnte das Angebot ab, herzoglicher Botschafter in Rom zu werden und ließ sich in dem kleinen Ort Mier-Asoe nieder. Hier verheiratete er sich und zwar heimlich, um seine Pründe nicht aufgeben zu müssen, mit Il Sandra Benucci, der Witwe des Florentiner Humanisten und Autors Tito Strozzi, mit der er schon seit längerem ein Verhältnis unterhielt. In den nachfolgenden Jahren verfasste er die Komödie La Lina und überarbeitete vor allem nochmals den Orlando. Er beeinigte den Text im Sinne der sich festigenden italienischen Literatur und Schriftsprache und er veränderte die Ausrichtung. In dem er statt der ursprünglich vor allem angepeilten höfischen Zuhörerschaft, der das anonyme Lesepublikum anzusprechen versuchte, das sich inzwischen herausgebildet hatte, das 1532 in nunmehr 46 Gesängen neu publizierte Epos um die Kämpfe Rolands und der Paladine Karls des Großen mit den Heiden um die Liebe Rolands zu, der flatterhaften Angelike sowie um die Liebe zwischen Ragerou und Bradamante. Den angeblichen Begründern des Hauses Este war sehr erfolgreich und wurde allein im 16. Jahrhundert fast 200 Male nachgedruckt. Noch Voltaire und Goethe schätzten das Werk. 1532 begleitete Arius seinen Herzog, dem er immer wieder als Berater gedient hatte, zu Verhandlungen mit Kaiser Karl V. nach Mantua. Nach der Heimkehr erkrankte er schwer und wurde nicht wieder gesund. Werke Hauptwerk Orlando Furioso 1516-32 Erste DT Übersetzung Die Historie vom rasenden Roland von Diederich von dem Werder 1632-36 Prosa Übersetzung von Wilhelm Heinz Roland der Wütende 1782-83 Erste vollständige Vers Übersetzung von Johann Diederich Grießt der rasende Roland 1804-1809 Re.V. 1827-28 Weitere Übersetzungen von Karl Streckfuß 1818-25 Re.V. 1839 Hermann Kutz 1840-41 Überarbeitet von Paul Heise 1880-81 Otto Gildemeister 1882 und Alfons Kissner 1908 Re.V. 1922 Komödien La Cassaria 1508 Isopositie 1509 Il Negromante 1520 La Lena 1528 Sieben Satiren Lyrik, Oden, Sonnette, Kanzonen Standbilder und Denkmäler Statue des Dichters in Regio Nellemilia Marmorhermen von Dante, Petraker, Tasso und Ariuscht im Dichterien vor der Westseite des Schlosses Charlottenhof, Genanziam Im Park von Sandsosse, Potsdam von Gustav Bläser